Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Ja, jetzt waren wir sehr fleißig die letzten Folgen in der Hauptmission unterwegs. Jetzt habe ich gedacht, wir können auch mal wieder ein paar Neben- und DLC-Operationen machen. Da habe ich jetzt die hier rausgesucht. Ätzender Fortschritt trifft ich im Waltz Club mit Lenny. DedSec hat von mysteriösen Todesfällen unter Obdachlosen gehört, deren Ursache illegale Experimente sein könnten. So, Mission verfolgen. Auf der Karte die Anzeigen, da soll man hier hin. Und das heißt, wir machen Schnellreise in diesen Klamottenladen, damit es auch gleich losgehen kann. So. Äh. Ah ja. Was machen die denn da? Ich hätte ja schon das dringende Bedürfnis, jetzt die zu hacken, aber nein. Nein, nein. Das lassen wir mal schön bleiben. Steht hier. Äh. Fahrbarer Untersatz vielleicht rum. Ja. Oh. Opa, là. So, wie kommen wir in der Sorge? Ja. ja doch gestoppt was willst du denn also diese leute hier oh souvenir gibt es ja irgendwo soft ice nee das sieht so gesund aus oh nee ah captain buttfuck hat beschlossen zu erscheinen was denn ohne den rest von team shitstorm viel glück oh jetzt sei doch nicht so hey hey süßer bringen sie meinem freund hier ein drink nur ein wassermann nein bier zwei bier der steht ganz oben auf meiner wix liste weil er einen arsch hat wie ein mädchen da kriege ich weiche knie ich meine guck mal guck mal profi tipp wenn du so einschüchterst wirst du schneller bedient das klappt auch mit einem lächeln und einem kompliment hey man das war echt schnell das weiß ich echt zu schätzen danke du beschissener fake wenigstens bin ich ehrlich du ein verdammter lügner du bist auch eine lügnerin deshalb hast du mich hergebracht was wenn ich sagen würde es gibt da ein paar obdachlose auf den straßen deren körper voller experimenteller nanotag ist ich meine denk an die öffentlichkeitswirkung und die aufklärung die ihr der zack deppen mit diesen infos erreichen könntet ich meine eine armee robo penner macht dich das nicht heiß im ernst im ernst nennt sich projekt rancense woher weißt du davon die ersten freiwilligen waren aus meiner crew deine crew erste regel des arschloch klubs lautet ihr verliert kein wort über den arschloch klub ha 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 eins musst du über biohacker wissen klar wir möchten pioniere sein also gehen wir risiken ein und rancense wir hatten eine menge kranke biohacker und nichts cooles vorzuweisen also haben wir es gelassen und ich soll glauben dass rancense stattdessen angefangen hat obdachlose zu entführen in etwa du glaubst nicht was ein penner macht um in eine mobile klinik zu kommen scheiße man du verarschst mich doch nanotech sendet ein tracking signal 910 megahertz nur zu ist ganz mit uhr effig warte ok na und eine kleine ampulle sendet es war echt spaßig lenny aber ich kauf dir das alles nicht ab das machst du wohl ruf mich nicht noch mal an du bist doch total sensationsgeil du kannst nicht widerstehen hey marcus willkommen im arschloch klub sehr sympathisch und nun also doch ich glaube ich muss lenny's info zu den toten obdachlosen überprüfen es schadet nicht es zu checken in der bay area gibt es ein großes interesse an nanotech viele halten das für den nächsten großen schritt der evolution in punkto körper modifikation jede menge biotech unternehmen experimentieren damit herum klingt als hättest du ein bisschen ahnung von dem kram ich will flügel kann ich flügel haben könnt ihr euch nicht mit flügeln vorstellen das wäre so was von abgefahren das ist theoretisch möglich in nächster zukunft aber unwahrscheinlich ich höre immer nur bla 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 ja du kannst flügel haben hör auf josh zu erdern komm schon würdest du keine flügel wollen doch flügel nein weißt du was das für ein stress wäre mit flügellöchern in der kleidung nein ich hätte lieber nanotech tattoos die können ihr muster verändern das wäre echt cool das wäre ziemlich cool das ist doch viel wahrscheinlicher die technologie dafür könnte sogar schon existieren rock on passende der second nanotech tattoos weil ich nehme beides flügel und nanotech tattoos ich bin jetzt im lager der obdachlosen leute zeit etwas zu graben ja wir haben auch etwas gegraben was gutes dabei nein aber jede menge übles überdurchschnittliche sterberate unter der obdachlosen bevölkerung ein deutlicher peak das ist definitiv übel hallo hey kumpel bei dir alles okay ich kann nicht mehr richtig sehen weißt du soll ich dich in die notaufnahme bringen oder so nein hat der top macht es nur noch schlimmer bevor ich beim arzt war ging es mir gut warst du bei der kostenlosen klinik soll das heißen dass es dir hinterher schlechter ging die schwester meinte nach dem impfen könnte ich mich krank fühlen kann schon sein shit ich gehe da nicht wieder hin nachdem was mit martin und josephine passiert ist weißt du wo ich martin finden kann der liegt auf einer couch in der nähe hat sich seit gestern kein stück bewegt kopf hochmann ich sollte wohl lieber martin suchen finde martin auf einer couch in der nähe die couch hey verlaufen nein ich suche nur die mobile klinik meine freundin arbeitet da und wir sind zum essen verabredet deine freundin arbeitet in der todes klinik zu todes klinik nein sie meinte sie hat sich freiwillig zur grippe impfung gemeldet grippe impfung ja klar jeder der da rein geht verschwindet tot oder fahrt hey kennst du jemanden dem das passiert ist aha netter versuch von mir erfährst du gar nichts okay aber kennst du jemanden der bereit wäre darüber zu reden sprich mit dem toten kerl auf der couch dem toten kerl der so gut wie tot wenn das nicht schon ist martin martin oder so ähnlich hey wie kann ich ihn finden du hast doch augen oder sehr nett gegeben tausender für den platten aus danke das muss aber ein scheiß unklappes bett sein tja und vor johon 1 schisten Was haben wir denn hier? Eine Broschüre nur über Gratiskliniken? Also ja, ich will unbedingt alles darüber wissen. Oh. Oh je. Oh je. Äh, der Arzt in der mobilen Klinik? Ja. Brauchst du was Kleiner? Äh, also ich wollte eigentlich mehr über die Klinik herausfinden. Was für Spritzen sie den Leuten geben? Keine Ahnung. Spritzen halt. Aber ich habe gesehen, wie einer der Docks dieses Injektionsding weggeworfen hat. Ist in einer gelben Mülltonne. Irgendwo hier. Das könnte wichtig sein. Danke, Mann. Na klar. Na klar. Impfpistole. Ich suche eine Impfpistole in einer gelben Mülltonne. Okay. Ja. Von mir aus. Gelbe Mülltonne. Gelbe Mülltonne. Hoppla. So. Und es geht auch schon wieder weiter. Entschuldigt diese kurze Unterbrechung. Und nein. Bevor jetzt wieder gemunkelt wird. Ich habe nichts rausgeschnitten. Mein Aufnahmeprogramm hat nämlich einen Pauseknopf. So. Weiter geht's. Wo ist die gelbe Mülltonne? Arsch. Was? Könntest du das mal lassen? Du gehst mir tierisch auf die... Nerven. Weißt du was? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Offices verhaften Sie den Mann. Ja der da. Das hast du jetzt davon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab noch. Ich komme mir vor wie in so einem Cyberpunk Sci-Fi Film. Hey Josh. Hab ne Impfpistole gefunden. Der Typ hat mir gesagt, das Ding haben sie in der Klinik benutzt. Hervorragend. Ich schicke euch jetzt die Daten. Damit aktualisiere ich die Scanner-App, die Lenny dir gezeigt hat. Dann müsstest du noch mehr Nanotech scannen können. Das wäre sehr hilfreich. Ja. Es sieht aus, als würden sie senden. Du müsstest mit deinem Handy aufspüren können, wo Leute mit Nanotech gewesen sind. Je näher du kommst, desto stärker wird das Signal. Aha. Ihr werdet's auch hier raus schaffen, oder? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gucken wir mal, wo die Spur hinführt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht aus, als würde einer der Ärzte der Klinik bald seine Tasche vermissen Was Nützliches drin? Kamm, Kaugummi, Klipperkarte und offizieller Klinikausweis mit Strichcode Ich wette, den können wir gut gebrauchen So, zwei Spuren haben wir, eine noch Da oben sind wir doch schon rumgelaufen, oder? Hier Ähm, hallo? Hey, ist da jemand drin? Nein! Du hast dich irgendwie selbst verraten, Mann Dachte, wenn ich Nein sage, kapierst du vielleicht, dass ich nicht reden will Ich versuche nur, die mobile Klinik zu finden Oh nein, mach das nicht! Was? Bitte nicht? Hör zu! Du magst ja dämlich sein, aber das verdient niemand Geh nicht zu der Klinik Äh, ja Ich will nur mehr über sie rausfinden Die gaukeln den Obdachlosen eine Gratisbehandlung vor Indizieren uns kleine Maschinen und gucken, ob wir das überleben So, jetzt weißt du alles Das war Eine Menge Informationen Ich weiß, es klingt verrückt Die Cops haben mir auch nicht geglaubt Aber das Klinikpersonal hat mich gehört Und die wollen mich umbringen? Versteckst du dich deswegen in deiner Berthöhle? Ah, wenn jemand fragt Du hast mich nicht gesehen Berthöhle Nein, wir haben niemand gesehen Da war niemand Nanotech Fuck Lenny könnte recht haben Nanotechnologie könnte hunderte medizinische Probleme lösen Diabetes, Blindheit, Taubheit, Autismus Von Verbesserung der natürlichen Fähigkeiten ganz zu schweigen Ja, das ist alles ziemlich cool Aber Feldversuche an Obdachlosen Ohne humane Versuchsbedingungen Ja, würdest du das machen? Nanotech testen, um... Naja Nicht neurotypisch zu sein? Vielleicht Das Experiment wäre ein Versuch wert Aber nur wenn es reversibel wäre Ich mag mich, wie ich bin Vielleicht mag ich mich ohne Asperger nicht mehr Ja, ein wichtiger Punkt Wie viel davon macht aus, wer du bist? Ich glaube, das ist die richtige Spur Hier laufen definitiv Nanotech-Forschungen Und nicht von der autorisierten Art Denke ich auch Wir müssen denjenigen aufspülen und ausschalten, der dahinter steckt Die beste Chance ist die mobile Klinik Ein Kundschafter hat mobile Kliniken in Prescott gesehen Okay Trifft in der Zekundschaft am Wasserturm Ja gut Klingt zwar alles ganz cool Auch mit den Flügeln und Tattoos Aber Äh, nein Weil zum einen hat Josh recht Wahrscheinlich ist alles, was da gemacht wird, irreversibel Und zum anderen Puscht man einfach Mutter Natur Nicht ins Handwerk So, ich glaube, das ist Wo ist denn das? Wo ist das? Und wo sind wir? Okay, das ist sehr weit weg Ähm Wie kommen wir denn da hin? Da kommen wir hin So Gut, dann würde ich aber sagen Wie es weitergeht Gucken wir uns in der nächsten Folge an Für diese komme ich zum Ende Ich bedanke mich fürs Zuschauen Hoffe, es hat Spaß gemacht Und freue mich natürlich Wenn ihr dann aber im nächsten Mal wieder mit dabei seid Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit Lasst euch nicht hacken Und ich sage Tschüss